Hola a todos, ich bin Tanja, ich bin 29 Jahre alt. Meine Hobbys sind Singen, Tanzen und Reisen, auch unter anderem Sprachen lernen. Meine Muttersprache ist Spanisch, ich spreche auch, wie ihr schon hört, Deutsch und auch Englisch. Ich habe eine kleine Familie und wohne seit ungefähr 10 Jahren hier in Deutschland. Ich habe einen kleinen Sohn und noch meinen Mann. Ich bin sehr froh, Mama zu sein. Dieses Jahr mache ich bei dem Cell Vision Song Contest 2023, weil ich ganz gerne mit euch meine Leidenschaft teilen möchte. Ich freue mich sehr darauf. Ich singe für das Land Spanien. Ich finde das Land unglaublich toll, die Landschaften, die Sprache, genau, das Essen, die Kultur, die Leute. Genau, und ich werde jetzt den Song, das heißt Slow Mo von Chanel, werde ich heute Abend singen. Ich hoffe, es gefällt euch und viel Spaß. Ciao! Tschüss! Musik Ich mache mir keine Fähigkeiten, ich mache mir vor. Ich schaffe mir einen, 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 einen. Ich mache mir eine Bedeutung. Ich habe ein Video! Es ist so, mo, 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 mo. Ich bin ein Hymn und mich mich auf. Mö, 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 mö! Ich werde das Video. Es ist so, lo, 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 lo. Ich werde ich das Video-Aus произg sen, bo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017